Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 9. November 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1116. Heute mit den folgenden Themen. Alder Lake, Outbank, Microsoft, Disney Plus, Conrad Connect und McAfee. Ich starte gleich mal mit den neunsten Desktop-Chips und Benchmark-Tests und Vergleichstests, die nicht ganz, wie soll ich sagen, fair und oder unfair sind, wie man auch immer nennen möchte. Apple hat mobile Prozessoren, Intel hat vorgestellt Desktop-Prozessoren. Das ist ein Unterschied, vor allem auch was die Stromzufuhr betrifft. Wenn man ein mobiles Gerät hat, braucht man einen Chip, der möglichst wenig Strom frisst, damit man das Gerät länger betreiben kann. Eben, deshalb Mobile-Chip oder Desktop-Chip. Die neuesten Chips von Intel haben die Resultate von Apple Silicon-Prozessoren überschritten. Die Desktop-Chips, die vom mobilen Chip. Logischerweise hat das stattgefunden, guterweise für Intel, denn man darf wieder mal auf ein paar schöne Neuigkeiten zurückblicken. Was aber ein grosser Unterschied ist, ist der Stromverbrauch, den die generieren. Und da ist ein Riesenunterschied. Und das ist auch der Grund, weshalb Apples Prozessoren nach wie vor die führenden sind, weil Apple nie gesagt hat, man hat die schnellsten Prozessoren, sondern die schnellsten Pro-Stromeinheit-Verbrauch-Chip-Dingens. Und da sind sie nach wie vor ganz weit vorne. Und ich glaube auch ganz stark, das ist das, was zukünftig die richtige Währung ist. Denn es bringt es nicht nur, und das habe ich schon damals bei der M1-Chip-Vorstellung gesagt, auch hier in der Daily, dass es nicht darum geht, immer noch performantere, noch schnellere Chips herzustellen, sondern wir müssen mit den Ressourcen, die wir haben, also Strom zum Beispiel, so energieeffizient wie möglich auf so viel Leistung wie nötig kommen. Und das tun eben die genannten M1-Chips von Apple auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf weitere Zahlen zu eben den neuen Intel-Chips und dann vielleicht auch dem einen oder anderen doch auch Vergleich. Weiter geht es mit Outbank. Kennt ihr die Software? Die Möglichkeit, um mehrere verschiedene Bankenlösungen, die man so hat, miteinander vergleichen zu können. Das gibt es schon seit Längerem. Ist eine deutsche Firma und die wurde jetzt wegverkauft. Neu gehört das Ganze einer, ja, mehreren Investoren, die darin investiert haben und die möchten es auch weiterführen und sich wieder stark auf den Fokus oder auf den Hauptfokus der Software konzentrieren. Neu wird das Ganze dann auch auf Beginn des nächsten Jahres oder besser gesagt zum 1. Februar des nächsten Jahres in einer Lösung, die man monatlich bezahlt enden. Wer das nicht haben möchte, der sollte aktiv werden und dagegen, also nicht Einspruch erheben, aber die neuen Bedingungen nicht akzeptieren. Man kann sogar die ganzen Daten outsourcen, wie sagt man, heraus exportieren und hat dann die eigenen Daten wieder bei sich und kann sich nach anderen Lösungen umschauen. Ich bin mal gespannt, wie sich die Software weiterentwickeln wird. Hier in der Schweiz hat das ja nie wirklich richtig Anklang gefunden, da diverse Banken nicht mit drin waren. Erst gerade Ende September habe ich mal wieder angefragt, wie es denn aktuell ausschaut. Und da waren zumindest vier der Lösungen, welche ich im Auge habe, nicht mit drin. Und das ist natürlich eher schade. Aber in Deutschland ist es sehr verbreitet, also somit eben eine ganz andere Geschichte, ob man es in Deutschland nutzt und oder in der Schweiz. Die Börse ist ein bisschen hoch und runter gegangen. Nachdem Apple und Microsoft die letzten Zahlen präsentiert haben, der letzten Quartalsresultate, ging die eine Aktie hoch und die andere ein bisschen runter. Ein bisschen hoch ging die von Microsoft, weil man durchs Band sehr, sehr gute und schöne Zahlen hat präsentieren können und schöne Steigerungen. Bei Apple ging es auch sehr gut hoch und teilweise Rekorde wieder mal gebrochen zum x-ten Mal. Also zum wirklich x-ten Mal. Was aber auch passiert ist, man hat ausgewiesen, dass man doch die eine oder andere Milliarde, ich glaube es waren circa um die sechs Milliarden, nicht machen konnte, also an Umsatz, weil die weltweite Chip-Krise auch Apple dezent betrifft. Das ist auch unter anderem der Grund, weshalb Apple nicht mehr, und das ist wiederum ein Gerücht, nicht so viele iPads in Zukunft produzieren wird, sondern die Chips mehr in die neuen iPhones mit reinnimmt, weil die sich deutlich stärker verkaufen. Da hat Apple wieder einen grossen Vorteil im Vergleich zu anderen Herstellern, die deutlich weniger Smartphones verkaufen können, weil eben Chip-Krise nochmals dazu. Und somit haben wir einen neuen Börsentron. Aktuell ist mit ganz knappem Vorsprung Microsoft die wertvollste Firma an dieser Börse. Wenn ihr nicht wertvoll sein möchtet, sondern eher ein bisschen sparen möchtet und schon mal Disney Plus-Kunde wart und oder noch nicht, dann könnt ihr für einen Monat lang das Ganze für 1,99 in Euro oder 2 Franken euch klicken. Somit ganz schön eben nicht nur für Neukunden, sondern auch für Wiederkehrer. Das zeigt aber auch, dass Disney anscheinend in den letzten Monaten und Wochen den ein oder anderen Abonnenten zu viel verloren hat, weshalb man jetzt zu einer solchen Möglichkeit greift. Und oder, weil es halt langsam Winter wird, dunkel wird und die Leute vielleicht auch das eine oder andere mehr an Streaming geniessen und somit kann man natürlich den einen oder anderen wieder zurückholen. Mich haben sie gekriegt. Für einen Monat lang können jetzt meine Mädels wieder mal ein bisschen Disney-Content schauen. Konrad Connect. Das ist die Möglichkeit von Konrad, dem Online-Händler, sein eigenes Smart Home miteinander zu vernetzen. Die Schnittstelle, die es da gab, die ist oder wurde, besser gesagt, im Sommer nochmals ziemlich stark befeuert mit zusätzlichen Möglichkeiten und Vergünstigungen etc. Und das war anscheinend, wie sagt man so schön, ein letzter Hilferuf, denn per 16.12., das ist ja schon relativ bald, wird der komplette Dienst eingestellt. Schade für all diejenigen, die sich in die Richtung eingedeckt haben und sein Smart Home System auf der Basis umgesetzt haben, aber das zeigt wieder mal, dass da wahrscheinlich über kurz oder lang nur die Grossen davon profitieren werden und oder überleben werden. Zum einen schade, zum anderen traurig, aber vor allem auch, ja, achtet euch beim Kauf eurer Smart Homes auf Möglichkeiten von mehreren Konnektierungsmöglichkeiten. Zweimal Möglichkeiten kann man machen in einem Satz. Genau, zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten zu McAfee, die im Jahre 1987 gegründete Sicherheitsfirma, die rund um McAfee aufgebaut wurde. Die ist ja schon vor kurzem, ich bin nicht mehr ganz sicher, 2011, glaube ich, wurde es von Intel. Ich glaube, 2011 war das von Intel übernommen und dann später nochmals verkauft worden und jetzt, so wie es scheint und alles gut durchgeht, wird das jetzt nochmals der Fall sein. Für 14 Milliarden Dollar ging nämlich der Deal über die Bühne und wenn alles klappt, wird nächstens eben McAfee in einer neuen Company mit drin sein, in einer neuen Lösung, mit einem neuen Investor, besser gesagt, unterwegs sein. Nutzt jemand von euch McAfee und oder, wie heissen die anderen, Norton überhaupt noch? Ich bin unter Windows mit der Microsoft-Lösung unterwegs und relativ happy damit, plus zusätzlich noch mit, ähm, wie heisst es schon wieder, dieser Backup-Lösung, die auch noch nach Acronis, glaube ich. Ansonsten nutze ich Sorge-Systeme schon seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr. Lasst mich doch mal wissen, was ihr unter Windows so nutzt, da werde ich wirklich mal gespannt, ob ihr euren Rechner dahingehend richtig schützt. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag. Ich gehe jetzt erst mal schlafen. Es ist früh in der Nacht. Bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.